Die Champions League Gruppen zur neuen Saison 2022-2023 wurden jetzt ausgelost und da sind wirklich ein paar sehr interessante Gruppen dabei. Deshalb dachte ich mir, mache ich das wie bei den Top-Ligen, schaue mir einfach mal jede Gruppe an und gebe dann meine Prognose ab, wer dann letztendlich auf welchem Rang landen wird in der jeweiligen Gruppe. Fangen wir direkt mal an mit Gruppe A, da haben wir Liverpool, Neapel, Ajax Amsterdam und die Rangers aus Glasgow. Für mich ist auf jeden Fall Liverpool der Favorit und ich sehe sie auch auf der 1 trotz des schwachen Saisonstarts bis jetzt. Neapel ist für mich dann auch relativ eindeutig auf der 2, also ich glaube da gibt es eher so einen Kampf um den 1. Platz zwischen Liverpool und Neapel und einen Kampf um den 3. zwischen Ajax und den Rangers. Und überraschenderweise sage ich jetzt einfach mal, dass die Rangers 3. werden. Der Kader ist zwar auf jeden Fall schwächer, aber sie haben echt einen Top-Coach mit Van Bronckhorst. Während bei Ajax, ja, die individuelle Qualität ist krass, aber Streuter ist jetzt kein Top-Trainer. Und sie haben auch in Spielen gegen Top-Gegner, wie im Supercup gegen Eindhoven, gezeigt, dass sie auf jeden Fall anfällig sind. Und deshalb für mich Ajax nur auf Platz 4. In Gruppe B haben wir Porto, Atletico, Leverkusen und Brügge. Da ist für mich absolut klar eigentlich, dass Brügge letzter wird. Aber der Rest ist wirklich schwer, da kann ich mir für alle 3 alles von den vorderen 3 Platzierungen vorstellen. Ich sage jetzt einfach mal was, ist ja am Ende einfach nur eine Prognose. Ich sage Atletico tatsächlich auf 3. Die kommen in die Europa League und gewinnen die mal wieder. Ist jetzt einfach mal so ein Tipp. Und dann hätte ich gesagt, Leverkusen auf Platz 2. In der Bundesliga läuft es nicht so, aber ich glaube, in der Champions League wird es besser laufen. Und Porto habe ich dann auf der 1 als portugiesischer Meister. Und was ich da diese Saison schon von ihnen gesehen habe, ist echt ziemlich beeindruckend. Deshalb mein Platz 1. Kommen wir zur Gruppe C. Und das ist von den Namen her auf jeden Fall die größte Hammergruppe, die es dieses Jahr gibt. Mit Bayern, Inter Mailand, Barca und Viktoria Pilsen. Und da können wir es gleich mal schnell machen. Die sehe ich natürlich auf dem letzten Platz. Für die wird es, glaube ich, überhaupt schon schwer, einen Punkt überhaupt zu holen irgendwie. Aber mal schauen, was da passiert. Auf der 1 sehe ich auf jeden Fall klar Bayern. Wirklich beeindruckend, was die bis jetzt zeigen. Und dann ist so das Ding Barca oder Inter auf 2. Ich habe mich für Barca auf 2 entschieden. Ich habe jetzt auch das Testspiel gegen City gesehen. Das war wirklich beeindruckend von Barca. Was die halt offensiv da drauf haben, ist wirklich krass. Und bei Inter bin ich nicht ganz so überzeugt. Habe ich ja schon in einem anderen Video gesagt. Deshalb für mich Inter nur auf 3. Gruppe D ist mit Tottenham, Marseille, Frankfurt und Sporting somit die ausgeglichenste Gruppe, würde ich mal so sagen. Zumindest was die hinteren 3 angeht. Denn Tottenham ist für mich dann doch relativ eindeutig auf Platz 1 anzusiedeln. In der Gruppe haben einfach die meiste Qualität mit Trainer Conte. Und jetzt wird es halt sehr schwer, aber ich muss mich irgendwie entscheiden. Ich dachte erst Frankfurt auf 3, dann kommen sie wieder in ihren Wettbewerb in die Europa League. Aber umso mehr ich darüber nachdenke, sage ich jetzt einfach Frankfurt auf 2 mit den Fans im Rücken. Packen die das, die geben immer alles, wenn sie europäisch spielen im Vergleich zur Bundesliga. Und ich sage, die machen das. Und dann haben wir noch Sporting und Marseille. Und ich bin beim Trainer von Marseille nicht so überzeugt. Sporting zwar wichtige Spieler verloren, aber trotzdem mit Amorim noch ein Top-Trainer-Talent und auch eine gute Spielsteigemannschaft. Deshalb sage ich, dass Sporting dritter wird und Marseille vierter. Gruppe E finde ich dann ganz schwierig zu tippen. Da treffen Chelsea, Salzburg, AC Mailand und Dynamo Zagreb aufeinander. Ich sage jetzt einfach mal, dass Zagreb letzter wird. Aber dann finde ich es echt schwer. Denn ich glaube, sowohl Chelsea als auch Milan werden sich schwer tun. Ich traue Salzburg auf jeden Fall zu, weiterzukommen. Aber letztendlich tippe ich jetzt einfach Chelsea auf 1, Milan auf 2 und Salzburg auf Platz 3. So ist es halt eigentlich auch am offensichtlichsten. Aber ich glaube, das könnte gut hinkommen. Auch wenn sich Milan ja letzte Saison ziemlich schwer getan hat in der Champions League. Gruppe F ist für mich dann so mit am eindeutigsten. Da haben wir Real Madrid, RB Leipzig, Schachter, Donetsk und Celtic Glasgow. Und ich sehe da den amtierenden Sieger mit Real ganz klar auf 1. Leipzig, ja, die tun sich schwer, stimmt eigentlich. Aber trotzdem sind sie qualitativ dann doch um einiges besser wie der Rest. Deshalb für mich auf Platz 2. Und dann Celtic und Donetsk. Ich glaube, für die letzten paar Jahre wäre da Donetsk eher der Favorit gewesen. Aber die haben jetzt ein paar Spieler verloren, auch wegen dem Krieg, die dann halt weggewechselt sind. Der Kader-Marktwert ist mittlerweile sogar geringer wie der von Celtic. Und daher sage ich Celtic Glasgow auf der 3 und Donetsk nur auf der 4. Die vorletzte Gruppe und auch hier nochmal mit einem deutschen Teilnehmer mit Borussia Dortmund, die auf Manchester City den FC Sevilla und FC Kopenhagen treffen. Auch hier ist es für mich relativ eindeutig, dass City auf jeden Fall klar mit großem Abstand, denke ich mal, erster wird. Dann sehe ich auf der 2 dann doch schon Borussia Dortmund. Die Qualität ist einfach gut. Und ich sehe sie auch auf 2, weil ich Sevilla diese Saison wirklich schwach einschätze. Habe ich ja schon in der La Liga-Prognose gesagt. Ja, ich hatte sie tatsächlich da nur auf Rang 8, deshalb sehe ich sie jetzt hier auf 3. Dann können sie in ihrem geliebten Wettbewerb die Europa League. Und Kopenhagen sehe ich dann halt ganz klar als Schlusslicht der Gruppe. In der letzten Gruppe, in Gruppe H, haben wir Paris Saint-Germain, Juve, Maccabi Haifa und Benfica Lissabon. Also PSG ist für mich ganz klar auf Platz 1. Die sehe ich aktuell auch als einen der Favoriten an. Und ja, Maccabi Haifa ist für mich dann auch ganz klar auf dem letzten Platz. Die haben einen Gesamtkadermarktwert von nur 18 Millionen, sind damit mit Abstand die schwächste Mannschaft in der Champions League. Und ich glaube, das sagt eigentlich alles aus. Ich glaube auch nicht, dass sie irgendwie hier einen Punkt holen können in der Gruppe. Aber mal schauen. Und dann verbleiben für mich noch Juve und Benfica für Platz 2 und 3. Und ja, die meisten werden jetzt wahrscheinlich Juve auf 2 sagen. Aber für mich ist es eigentlich relativ eindeutig, dass Benfica auf Platz 2 kommt. Weil was die bisher unter Roger Schmidt zeigen, überzeugt mich echt. Wirklich schöner Fußball mit guten Neuzugängen. Enzo Fernandes, richtig kranker Spieler aus Argentinien geholt. Und Juve habe ich auch schon in der Saisonprognose für die gesagt. Das sehe ich einfach schwarz. Schlechte Transfers, es passt nichts zusammen. Die habe ich nur auf Platz 5 getippt. Und in der Champions League Gruppe tippe ich sie jetzt auf Platz 3 nur. Was meine Favoriten für die diesjährige Champions League Saison angeht, habe ich eigentlich vier klare Favoriten im Kopf. Und ich kann mir ehrlich gesagt im Moment nicht vorstellen, dass jemand anderes wie einer der vier Mannschaften den Titel holen wird diese Saison. Und dabei handelt es sich für mich zum einen ganz klar um Bayern, um PSG, wenn man da Mbappé in den Griff bekommt. Und ja, Manchester City wie jedes Jahr eigentlich. Ja, muss man nicht viel zu sagen. Und Real Madrid als amtierenden Sieger zähle ich eigentlich auch dazu. Wobei mit Casemiro, den man jetzt verloren hat, wird es glaube ich sehr schwer, da nochmal ranzukommen. Aber mal schauen. Also die drei, beziehungsweise noch Real dazu, sind auf jeden Fall meine Favoriten. Das war also soweit meine Prognose. Was sagt ihr zu meiner Prognose, zu meinen Favoriten? Wo seht ihr irgendwas anders? Lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.